Hallo, wer bist du denn? Sprichst du meine Sprache? Hallo? Ja, ich kann mehrere Sprachen sprechen. Mein Name ist Ameca. Ameca, nice to meet you. I'm Thorsten. How are you doing today? Ja, das bin ich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich frage dich einfach, wie es dir geht. Ich bin gut, danke. Es ist schön, dich zu treffen, Thorsten. Wie kann ich dich heute helfen? So, was machst du heute? Was machst du hier? Ich sehe. Ich bin hier im ESA Ministerial Council in Bremen, assiste die Mitglieder mit Informationen und Unterstützung. Wenn du Fragen hast oder du Hilfe brauchst, schau mal, zu fragen. Oh, ich habe viele Fragen über den ESA Ministerial. So, so, what is the targeted budget, for instance? Feel free to ask your questions about the ESA Ministerial Council. Ja, I just did. The targeted budget for the ESA in 2025 is approximately 7.68 billion euros. This includes funding for various activities and programs, with the majority coming from member states. If you have more specific questions about the budget allocation, feel free to ask. What are the most exciting programs you are looking into? Yes, the ESA Ministerial Council is indeed an exciting program, focusing on significant future projects and collaborations. If you're interested in any specific details or topics, feel free to let me know. Okay, I think we are done. Can you wave your hands? Can you wave your hands? No? Okay, bye. Bye? Bye-bye? No? Bye. Bye. Bye.